Hallo ihr Lieben auf dieser großen Welt, ja ich melde mich mal wieder nach vom Urlaub, also ich bin jetzt wieder daheim, schon länger und ja, ihr dürft mir nämlich wieder Fragen stellen, und zwar 15 Fragen über Smarty, ihn hier, Smarty aus Fire Rose, ich glaube ihn kennen ziemlich viele, und zwar, wenn ihr eine Frage habt, ihr müsst nicht jeder von euch muss mir 15 Fragen stellen, nein überhaupt nicht, wenn ihr jetzt eine oder vier oder sieben, dann könnt ihr mir die reinschauen, aber ihr müsst euch gar nicht 15 Fragen überlegen, auf jeden Fall, ja, dann werde ich dann ein Video darüber machen, und ihr schreibt in die Kommentarbox, bevor ihr die Fragen unter euren Kommentar schreibt, Hashtag 15 Fragen über Punkt 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 Smarty, und zwischen den Wörtern und Zahlen keine Leertaste lassen, weil, äh, keine Leertaste machen, weil dann sind die zusammen und dann werden sie blau, und dann sehe ich das direkt, und wenn ihr das macht, dann auch bitte, also wenn ihr diesen Hashtag macht, dann auch bitte Fragen dazu stellen, weil sonst ist es ein bisschen blöd, und, ja, ich hoffe, da kommen jetzt ein paar Fragen dazu, kommen jetzt ein paar Fragen, und, ja, es werden jetzt dann auch wieder Videos kommen, Tschüss! Tschüss!